In dem er Gold als Mittel symbolischer Repräsentation verwendet, bedient sich dieser zeitgenössische Künstler einer gotischen Herangehensweise, um die Komplexität des menschlichen Daseins zu ergründen. Nur zwei Elemente des Triptychons sind sichtbar, das fehlende mittlere Element wird durch die Lücke zwischen ihnen beiden ersetzt. Barry X. Ball fügt seinem Werk auf diese Art sowohl einen überraschenden als auch einen symbolischen Wert hinzu.